Hi, was geht? Ich streame übrigens heute schon um 12.30 Uhr, meine Freunde. Wenn ihr Bock habt, kommt unbedingt vorbei. Das heißt, wenn ihr quasi dieses Video jetzt zu Ende geschaut habt und natürlich abonniert habt, einen Daumen nach oben gelassen habt, meinen Patreon ausgecheckt habt, meinen Merch gekauft habt und so weiter sofort, kommt ihr natürlich ganz klar in meinen Stream. Denn wir spielen ein bisschen Minecraft, danach Warzone. Ich mache zwei Stunden Pause und dann geht es weiter mit Reaktion GTA. Ist das ein Deal? Ist ein Deal. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Weißstream. Bis dann. Ciao. Schau Leute, was geht jetzt? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, euch geht es allen soweit ganz gut. Mir geht es ziemlich schlecht. Umständen entsprechend gut. Klar, mir geht es tatsächlich auch nicht so gut, weil wir heute... Nein! Nicht schon wieder umgestattet. Wir haben... Nein, nein, nein. Wir haben es letztens schon nicht geguckt. Tu mir doch den Gefallen. Mann, das ist schon drei Wochen her. Das ist drei Wochen her, wo dieses Fußballspiel war. Es gibt momentan keine Bundesliga. Finde dich damit ab. Wir leben alle... Dann kommen wir endlich die Super Bowl Highlights. Wir schauen uns heute... Luca, ich habe wirklich keine Zeit dafür. Ich muss gleich streamen. Also, ich bitte dich, dass wir das jetzt heute hier einfach zusammen hinbekommen. Ja, okay, okay. Ich lasse es. Let's go. Ich labere doch keinen Scheiß, glaube ich. Tobi ist netterweise hingegangen, hat uns ganz, ganz lustige TikToks... Verdammt nochmal! Ganz, ganz lustige TikToks rausgesucht. Wir versuchen nicht zu lachen. Sie sind alle copyright-free und non... Obst, das muss ich piepzen, sonst wird ein Video demonetarisiert. Ich würde sagen, wir hoffen, euch geht es allen super. Und wir fangen jetzt an. Nicht-Lachen-Challenge. Wer lacht, muss sich mit einem Löffel auf den Kopf hauen. Hast du einen Löffel dabei? Bruder, soll ich jetzt einen Löffel holen? Nein, du gibst dir einfach jedes Mal eine Backpfeife, okay? Perfekt. Drei, zwei, eins und los. Super. Das sind jetzt aber nicht die Highlights. War jetzt nicht so witzig. Nee, war auch nicht so gut. Okay. Ja. Ach nein. Was passiert jetzt? Oh, ey, ey, ey. Er versteht... Er versteht's nicht, weil er so dumm ist. Ich muss mich mit einem Löffel hauen. NANI! Au, das tut weh. Jason, are you ready to go eat? Ey, is it cool for me to bring my sister? No, dude, it's bro-time. Yeah, she can come. Oh, I just want to... Alter, was? Weißt du noch in Minecraft, als wir Spongebob gemalt haben? Alter, das war... Lassen Sie... Das war traumatisierend, ja. Ah, cool, GTA. Mein Name ist Trevor. Und was ist yours? Oh, da muss los, Digga. Ja, das ist... Das ist Revi im Club. Digga, ich wollte gerade genau den gleichen Joke bringen, Alter. Lassen wir es an der Stelle einfach mal. Du kommst ja in den Club gar nicht erst rein. Okay, wow. Jetzt bin ich dann auch wieder komplett raus. You guys wanna see a magic trick? Gerne, zeig. Ich will das aus meinem Kopf, wirklich kurz. Okay. Warum ist PewDiePie daneben? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Attention, all gamers. Das ist denn das? Oh, Junge, Alter. Ey, aber gibt dir dieses Minecraft-Beat auch immer so extreme Nostalgie-Momente? Digga, ich krieg direkt Gänsehaut. Ja, das ist echt krass. Ich krieg ich Steifen direkt. Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt sage... Der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Passiert da irgendwas? Nö, wir haben es halt einfach ausgetauscht mit dem Video aus dem Club, von daher passt das. Ah! Warum habe ich mich darauf eingelassen? Kannst du nicht sagen, was ist denn das? Ich habe halt auch noch drei Mal gelacht. Ja, jetzt wird es lustig. Tobi hat sich wirklich Mühe gegeben. Jetzt hör auf. Ich will mir einfach nur meine Hand ins Gesicht. Ruhe jetzt! Ist das Batman da links, oder was? Junge. Junge. Ja, ich hau mich mit einer Flasche. Ja, und ich mit einem guten Löffel. Oh, das sieht jetzt cool. Was haben die denn alle mit... Was haben die denn alle mit ihrer Schwester? Ist das so ein Trend oder so? Die Schwester ist so gefesselt auf so einem Stuhl, Alter. Ja, ist das so ein neuer TikTok-Trend irgendwie? Ja, ich glaube schon. So, you guys, if you want a shoutout, you just need to do... Erinnert mich so übe an Sandra einfach. Wir haben schon überlegt, ey, wenn Sandra und ich jetzt Podcast-Folgen aufnehmen müssen, in der Ausgangssperren-Zeit, ne? Sandra hat halt kein Mikrofon, die muss das alles mit ihren iPhone-Kopfhörern aufnehmen. Ach, du Scheiße. Das kann nur billig werden. Das ist Team Fortress? Ja, so sieht es in meinem Kopf wirklich aus, tatsächlich. Junge. Hey Alexa, slap my ass. Okay, turn around. Ja, das ist dann wieder genau mein Humor. Das ist not so cool. Guck mal bei der einen da hinter rund, Alter. Dieses Fenster. Ah, okay. Das ist stark gemacht. Das ist stark gemacht. Und jetzt ist das DJ Hero Game, Alter. Warum sieht dein Kopf aus wie ein Minecraft-Skin? Ist das Gomme? So, eckig sein. Tobi, was hast du uns hier rausgesucht? Junge. Ey, was ist mit Tobi los? Ich weiß nicht. Tobi hat einen ganz, ganz besonderen Geschmack in Humor. Ich weiß es nicht. Was würdest du, Mädels, um zu trinken? Orange Soda, bitte. Ich habe den Strawberry Soda. Hä? Tobi! Junge. Das ist so eine ganz, ganz, ganz seltsame Art von Humor. Oh, den kenne ich. Der ist stark. Der ist stark. Junge, Alter. Ist das ekelhaft. Colin is not cool. Oh, cooler Name. Junge. Ey, wir haben uns so ein Challenge gar nicht durchgezogen. Stimmt. Ey, warte. Wie heißt das Video? TikTok-Mems-Mem-Mem-Mem-Mem. Das hat Tobi gem... Ja, das ist... Danke, Tobi. My wife took my kids. I'm going to jump off a bridge. Junge. Was ist denn das? Sieht aus wie Papa Platte, der Typ. Hä? Oh, Junge, Alter. Der ist voll süß. Hey, Mason, are you ready to go eat? Hey, ist es cool, wenn du meine Sister? No, dude. Das ist doch kein Problem, wenn die mitkommt, oder Luca? Ja. Die ist doch heiß. Ja. Und all Fortnite-Players, Skull Trooper needs your help. He's in tilted towers, and all he needs, to get the golden scar, is your mom or dad's credit card number, the expiration date, and the three wacky numbers on the map. Das passt überhaupt gar nicht, der rammt ihm einfach nur einen riesigen Löffel ins Maul. Was zum... Ey, auf sowas musst du erst mal kommen. Zum... Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, Digga, der Typ ist gefährlich, Alter. Ich hab das auch mal gemacht, ne? Junge, kannst du nicht machen, das ist kriminell. Ich trinke ja auch absolut gar keine Milch, weil es ist Gift mit Wasser. Bruder, das ist ein anderes Level. Man stirbt ja davon, ne? Ja, 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 direkt aber auch. Ja, 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 ja. Jetzt kommt ein Drehbieb drin. Junge, Alter. Es ist wirklich der ganz andere Meme-Humor. Es ist der ganz andere Humor, ja. Diese Sounds von Call of Duty von den Zombies. Ah ja. Okay. Ja, was zum Teufel, Alter. Der... 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 There was one kiss and it meant absolutely nothing, baby. I can see the stupid thing. Is she prettier than me? No! No, Jack! Ich bin der Junge in der Mitte. Guck mal, die anderen rechts da, die trinken einfach Tee. Oh nein, der wird voll getroffen! Fuck, dafür hau ich mich auf. Ich hatte früher mal Albträume von dieser Scream-Maske. So, jetzt kannst du gern weitermachen. Das ist der ganz andere Humor von Tobi, ja. Digga. Hey, girl. I can make your dreams come true. What the hell are you doing? Mom! Not a video! Get out of my room! Das ist der Schreie. Oh, Junge, Alter. Junge. Was zum Teufel, Alter. Was zum Teufel, Junge. Boah, Junge, Alter. Luca. Digga, das ist... Digga, mein Kopf tut ein bisschen weh von der Tasche schon. Ich suche nur für eine Mädchen, die ich mit lachen kann, du weißt? Diese Pfeffermühle. Digga, warte. Luca, du musstest doch ein paar Mal lachen, obwohl es ein sehr, sehr besonderer Humor aus dem Tobi gewählt hat, richtig? Perfekt. So viel an der Stelle, dann danke dafür. Luca, es wäre super, wenn du es noch einmal in die Kamera lachst für ein tolles Thumbnail. Perfekt. Ich bin an der Stelle raus, Leute. Das war es für ein wunderschönen Video. Lasst es euch gut gehen. Steckt euch nicht an. Ihr wisst Bescheid. Bleibt zu Hause, weil es ist besser so. Bleibt gesund. Bleibt gesund und guckt unsere Videos. Schaut bei Luca vorbei. Ciao. Nein, lasst es. Schaut bei Luca 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 bei Luca